Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Zeichen und Wunder lesen wir nicht nur in der Bibel, sondern wir erleben sie auch. Sehr viele Zeugnisse erreichen uns immer wieder und wir werden später auch davon hören. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Heute das Thema der Problemlöser. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, der Problemlöser, das klingt so ähnlich wie Waschmittel, aber ich möchte es gleich erklären. Im Psalm 34, Vers 9 steht, probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist, glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Ja, der Problemlöser. Zuflucht suchen. Was machen wir lieber? Gott anbeten oder Probleme anbeten? Du sagst, ich bete keine Probleme an, ich bete nur meinen Gott an. Ja, dann möchte ich mal die Frage stellen, wie lange redest du über deine Probleme oder wie lange betest du Gott an? Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Wir beten die Probleme an, indem wir über sie klagen und erzählen und erzählen und erzählen. Da muss man nicht Hände falten und anfangen, oh du liebe Probleme. Nein, sondern einfach, ihr Lieben, wir sollen Gott anbeten. Und ich sage dir auch, Gott möchte dir Kraft schenken, die Probleme loszulassen. Nicht festzuhalten, bring sie ans Kreuz, dann kannst du sie loslassen und kannst wirklich in einer Freiheit Gott anbeten. Und ich sage dir, du kannst alles, alles und jeden am Kreuz ablegen, damit du richtig entlastet bist für dein Leben und auch so Gott anbeten kannst. Danke dir, Herr, dass wir jeden und alles bei dir ablegen können. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir nicht in eine Anbetung hineinkommen, wo wir die Probleme und alle Schwierigkeiten anbeten, weil wir das so erklären können und so groß für uns ist und so viel davon erzählen. Lass uns wirklich, Herr, das auf die Seite legen und, Herr, dich anbeten. Danke, Herr. Amen. Amen. Für folgende Gebetsanliegen wollen wir heute beten. Und eine Frau bittet um vollständige Genesung. Sie schreibt, ich leide seit mehreren Wochen an Gleichgewichtsstörungen und Schwindel. Auch die Sehkraft ist eingeschränkt. Bitte betet für mich um vollständige Genesung. Ich habe eine Firma und habe sehr wichtige Termine. Bitte betet um vollständige Heilung für mich und dass Gott meinen finanziellen Mangel ausgleicht. Jesus, und wir danken dir, dass du diese Frau kennst und dass du auch weißt um diese Gleichgewichtsstörungen und was da in diesem Kopf nicht in Ordnung ist. Und ich danke dir, dass du diesen ganzen Kopf durchströmst jetzt mit deiner Heilungskraft. Auch die Augen und das Gleichgewicht und den ganzen Kopf einfach, dass da wieder eine Wiederherstellung geschieht, so wie du es geschaffen hast. Und dass alles verschwindet, was nicht von dir ist. Danke, Jesus, dass du mit deiner Heilungskraft bei dieser Frau bist und dass sie wirklich deine Hilfe erfahren darf. Und auch in finanziellen Problemen, dass du auch da der Herr bist. Danke, Jesus. Du hast Mittel und Wege und hast Lösungen auch für finanzielle Probleme. Und wir haben das schon so oft erlebt und das kannst du auch bei dieser Frau tun. Wir danken dir, dass du eingreifst und dass ihre Firma wirklich gesegnet ist und dass sie voller Freude auch in die Zukunft blicken darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau hat Augenprobleme und bietet um Gebet. Liebes Team vom Missionswerk, so sehr würde ich mich freuen, wenn ihr für mein Augenleiden beten würdet. Ich habe einen Augeninfarkt am rechten Auge. Das bedeutet, dass eine Arterie verstopft ist und das Auge nicht mehr richtig durchblutet wird. Medizinisch ist da nichts machbar. Dadurch ist meine Sehkraft eingeschränkt und es ist auch mit Kopfschmerzen verbunden. Ich bin ein Kind Gottes und bin sicher, dass Jesus mich heilen wird. Ich glaube fest daran. Liebe Grüße. Und das ist die beste Voraussetzung, wenn man glauben hat, dass Gott etwas tun kann. Und Jesus, ich danke dir für diese Frau, dass du ihre Augen heilst, diese Ader wieder durchgängig wird. Danke, Jesus, dass dieser Augeninfarkt verschwindet und dass das Auge wieder vollkommen normal funktioniert. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der heilt und du bist ein Gott, der Wunder tut. Und wir danken dir einfach, dass dieses Auge wieder vollkommen in Ordnung ist und auch die Kopfschmerzen, die dadurch verursacht werden, verschwinden. Danke, Jesus, dass du sie vollkommen auch wieder herstellst, so wie du das geschaffen hast. Danke, Jesus. Amen. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, dann lass es uns wissen. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet für ihren Ehemann um Gebet. Sie schreibt, mein Mann wurde im Krankenhaus behalten, weil man Wasser in der Lunge festgestellt hat. Bitte betet für seine Heilung und dass die Ärzte das Richtige tun. Danke für das Beten für meinen Mann. Ja, danke, Herr, für diesen Mann. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass das Wasser in der Lunge verschwindet und alles, was das verursacht. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass die Lunge wieder richtig fit wird und wieder ohne Probleme atmen kann und ohne Schmerzen. Ich danke dir dafür, dass du jetzt das Wunder tust. Danke, Herr, dass wir dich bitten dürfen. Und per E-Mail kam dieses Gebetsanliegen für einen Mann, der einen Hirntumor hat. Liebe Geschwister, der Bruder einer Freundin ist letztes Jahr im Herbst an einem Hirntumor erkrankt. Er wurde zwar operiert und hatte auch eine Chemo. Jedoch geht es ihm jetzt wieder so schlecht, dass er nicht mehr ansprechbar ist. Zudem hat er auch noch einen Infekt und bekommt jetzt Sauerstoff und Antibiotika. Bitte betet doch, dass Gott ihm Kraft und Gesundheit gibt. Auch für seine Schwester, die gerade am Ende ihrer Kräfte ist. Danke euch allen. Ja, wenn alles so unmöglich erscheint, dürfen wir zu Gott kommen und um Hilfe bitten. Danke. Oh, Vater im Himmel, danke, dass du Jesus gesandt hast, um auch für Krankheiten den Sieg zu erringen. Und ich danke dir dafür, dass dieser Sieg, Herr, auch diesem Menschen, Herr, gehört. Ich danke dir, dass wir fürbittend für ihn beten dürfen, Herr, und auch für die Schwester, die Kraft, Herr, neue Kraft dazu. Und ich danke dir dafür, Herr, dass das Wunder geschieht, Herr, dass wir uns, Herr, wünschen, aber nicht die Heilung uns irgendwo vorstellen können, wie das alles zustande kommt. Herr, bei dir ist aber alles möglich, Herr. Herr, dort, wo Menschen nichts mehr tun können, wo Ärzte nichts mehr tun können, ist bei dir alles möglich. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Und ich freue mich immer wieder, die Zeugnisse vorzulesen. Das, was Gott getan hat an den Menschen. Und es ist so wunderbar. Gottes Eingreifen. Und da schreibt uns auch eine Frau. Punktgenaue Hilfe. Gottes Hilfe in allen erdenklichen Situationen. Danke, dass ihr am 21.11. für mein Anliegen, Erneuerung des Hausdachs, gebetet habt. Die Arbeiter kamen genau am 21.11. zurück auf die Baustelle. Genau an dem Tag, an dem euer Brief aus Karlsruhe datiert war und ihr dafür gebetet habt. Das Dach war bis 2.12. fertig gebaut. Sehr gute Arbeit. Am 5.12. war der erste Schneeregen. Danke, danke dem Herrn und euch aus Karlsruhe. Und das ist wirklich eine punktgenaue Hilfe. Hände wieder schmerzfrei, schreibt eine Frau aus dem Osten Deutschlands. Zur letzten Gebetsnacht habt ihr für mich gebetet. Seit letzter Woche sind meine Hände wieder schmerzfrei. Und die Taubheit in den Fingern lässt auch nach. Ich bin so glücklich, dass ich meine Arbeit wieder verrichten kann. Unser Gott ist gut. Danke euch für die Gebete. Vergangenes Jahr hattet ihr auch für meine Enkelin gebetet. Jesus hat ihr den Partner fürs Leben geschenkt. Für Gott ist nichts unmöglich. Ja, und das ist wahr. Er ist immer noch derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott erhört Gebet, auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Vor einigen Monaten bat ich um Gebet für meine Tochter. Sie litt über drei Jahre unter anhaltenden Kopfschmerzen. Wir sind so froh, dass sie fast vollständig von diesen Schmerzen befreit wurde. Auch mein Vater hat die Corona-Erkrankung gut überstanden. Danke für eure Unterstützung und Gebet. Und kein Tumor. Gott ist gut, schreibt eine Frau. Im November schickte ich euch mein Gebetsanliegen. Bei einer Röntgen- und CT-Untersuchung der Lunge bestand der Verdacht auf einen Tumor. Ich musste zur Bronchioskopie ins Krankenhaus. Es konnte nichts festgestellt werden. Die Bronchien waren frei. Nach ein paar Wochen sollte ich nochmals ins CT. Dieses Mal wurde mir bestätigt, dass es sich eindeutig um keinen Tumor handelt. Die Entzündung ist abgeheilt und alle Ehre sei dem Herrn, der mich bewahrt, geheilt und durch diese schwere Zeit getragen hat. Herzlichen Dank für Ihr Beten. Gott ist gut. Ja, und Gott ist immer bei uns und er verlässt uns nicht. Ist das nicht wunderbar, ob Verdacht auf Tumor oder ein Hausdach, das gedeckt werden muss? Es ist einfach wunderbar. Wir haben einen Gott, der für unser Leben da ist, nicht nur für die Kirche oder die Gottesdienste, sondern für unseren Alltag. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne vorlesen. Ja, heute der Problemlöser. Der Problemlöser, ihr Lieben. Ja, hast du diesen Problemlöser und nützt du ihn? Bist du nur unterwegs, um Probleme weiter zu verteilen oder Leute zu finden, die mit dir diese Probleme tragen? Oder legst du sie ab? Hast du wirklich diese Problemablagestelle, das Kreuz? Ich sage dir, probiere es aus. Es funktioniert. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und wenn du nicht unser neues Magazin bekommen hast oder noch nicht bekommen hast, wir senden dir es gerne, gerne kostenlos zu. Schreibe uns, maile uns oder bestelle es über die Webseite. Wir verabschieden uns von dir und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.